Musik Lieber Herr Kardinal, liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und alle, die über die Medien jetzt mit uns verbunden sind. Rabbi Susja von Annipoli pflegte auf seinen Wanderungen von Ort zu Ort den Menschen zu sagen, ich fürchte mich nicht davor, keine Antwort zu finden, wenn ich nach meinem Tod vom Allmächtigen gefragt werde. Susja, warum warst du deinem Volk nicht ein so großer Führer wie Mose oder ein so feuriger Prophet wie Elia oder ein so berühmter Schriftgelehrter wie Rabbi Akiba? Ich fürchte, dass meine Worte verstummen, wenn ich gefragt werde, Susja, warum bist du nicht Susja geworden? Warum hast du dich entfernt von dem Bild, nachdem ich dich geschaffen habe? Warum bist du mit deinen Anlagen und mit deinen Gaben dir so fremd, so unähnlich geworden? Diejenigen, die vor drei Jahren, am 16. März 2011, bei meiner Einführung als Generalvikar dabei waren, werden sich vielleicht erinnern, dass ich damals im Maternushaus genau diese kleine chassilische Geschichte erzählt habe. Sie ist mir in diesen Tagen wieder in den Sinn gekommen. Schwestern und Brüder, ich glaube, dass das Amt den Amtsträger prägt, dass aber umgekehrt auch jeder Amtsträger in der Kirche das Amt prägt. Das Amt prägt mit seinen Charakteristika, mit seinem persönlichen Stil, mit seiner Note. Und das habe ich in den vergangenen drei Jahren als Generalvikar unseres Erzbistums mit meinen Möglichkeiten versucht. Ich glaube aber, dass diese kleine Geschichte, die ziemlich oft in der Katechese verkündet wird, theologisch zu kurz greift. Denn es geht ja nicht nur um das Zueinander von Amt und Person. Es geht auch nicht einfach darum, dass jeder irgendwie er oder sie bleibt, der er ist. Sondern es geht doch zuallererst darum, dass jeder von uns Jesus Christus repräsentiert. Durchlässig ist für Jesus Christus selbst. Wir können uns nicht damit begnügen zu sagen, ich bin wie ich bin, also bleibe ich so. Und alles muss nach meinem Hut tanzen. Im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen immer transparenter auf diesen Christus hin werden, so wie unsere großartigen Fenster hier im Dom, die wir nach und nach ja alle restaurieren, damit wieder das Licht von draußen nach drinnen wunderbar durchscheinen kann. Im Grunde ist jeder einzelne von uns ein solches Transparent. Und wenn wir gerade in der vergangenen Woche die Pressekonferenz zu den Finanzen unserer Diözese gehalten haben und es dabei um Transparenz ging, dann schwang für mich intern immer mit, die Zahlen, die Institutionen, alles wichtig, da sollen wir nicht hinter dem Berg halten. Aber viel wichtiger ist, dass jeder einzelne Christ wirklich ein Transparent Jesu Christi ist. Und die Fastenzeit, die heute beginnt, ist doch eine Zeit, in der wir sozusagen dafür sorgen können, dass Christus wieder mehr durchscheint. Und dass der ganze Schmutz, der sich im Laufe eines Jahres da draufsetzt, die ganzen widrigen Verhältnisse, dass die abgetragen werden und durch uns Jesus Christus hier und heute sein Gesicht in meinem Gesicht bekommt. Schwestern und Brüder, vor einigen Wochen sind die Menschen in Paris mit den Schildern vor sich her durch die Straßen gezogen, Je suis Charlie. Sie drücken damit ihre Identifikation mit den Opfern, mit den Angehörigen aus und auch ihr Mitgefühl. Als Christen brauchen wir uns kein Schild vor die Nase zu halten, Je suis Chrétien, ich bin Christ. Wir sollten das leben, wir sollten es so leben, wie das ein ganz früher Theologe der Urkirche einmal gesagt hat, durch die Taufe bist du nicht einfach nur Christ, du bist vielmehr Christus. Jeder einzelne von uns, Schwestern und Brüder, ist ein Sakrament für Christus, ist ein Zeichen für Jesus Christus selbst. Wir sind getauft, damit wir Jesus Christus gegenwärtig halten können. Und wir feiern Tag für Tag und Sonntag für Sonntag Eucharistie, damit Jesus Christus lebendig bleibt. Und wir Priester werden nicht einfach durch eine Versetzungsurkunde von Hü nach Hott versetzt, sondern wir werden zuallererst geweiht. Am 18. Juni 1993 wurde ich hier vorne zum Priester geweiht. Und das ist nicht verblasst, sondern dieses Sakrament bleibt. Und es ist mir geschenkt, mit vielen anderen Mitbrüdern zusammen, damit wir Jesus Christus ihnen nicht nur einreden, sondern damit wir ihn leben. Und wenn ich in einigen Wochen in Hamburg die Bischofsweihe empfangen darf, dann nicht, damit da ein schöner, feierlicher Beginn ist, irgendeine tolle Zeremonie, sondern damit ich als Bischof den guten Hirten Jesus Christus transparent machen kann, repräsentieren kann. Schwestern und Brüder, wir empfangen die Sakramente, damit wir selber ein Sakrament Gottes sind. Also kommt es nicht einfach nur darauf an, dass jeder seinen Stil findet. Und der eine macht es halt ein bisschen rechts rum und der andere links rum. Wir können uns nicht einfach hinter einer Schablone verstecken, hinter einem unpersönlichen Mann oder Frau, sondern in jedem Ich soll das Du des dreifaltigen Gottes aufscheinen und durchscheinen. Und Schwestern und Brüder, das können wir nicht einfach machen, herstellen. Damit wären wir alle heillos überfordert, sondern die Sakramente befähigen uns, dass wir einfach nur darstellen, dass wir durchlassen, was uns da geschenkt ist. jeder von uns darf sein Leben dem Herrn zur Verfügung stellen, damit Christus durch ihn transparent wird. Schwestern und Brüder, deswegen ist für mich als allererstes von ganz großer Bedeutung, dass jeder Einzelne von uns seine persönliche Beziehung zu Jesus Christus findet und lebt. Wenn ich jetzt auf diese drei Jahre, und das ist ja wahrlich nicht lang, zurückschaue, dann könnte ich Ihnen die ein oder andere Herausforderung nennen, sachlicher, persönlicher Art. Ich könnte von Prozessen reden, die mir aufgetragen waren. Davon, dass ich hier und da die Fäden zusammenhalten musste, dass ich mit diesem und jenem immer wieder in Dialog versucht habe zu treten. Aber ehrlich gesagt, das hat mich relativ kalt gelassen. Was für mich in den drei Jahren viel, viel herausfordernder war, und damit weiß ich mich mit vielen Priestern gemein, das war eben dieser Versuch, jeden Tag aufs Neue in dieser Beziehung zu Jesus Christus zu stehen und sie zu leben. Diesen persönlichen Draht zu finden und eben nicht vor lauter Terminen und vor lauter Druck daran zu knabbern und zu kürzen. Für diese persönliche Beziehung, liebe Schwestern und Brüder, da braucht es einfach Luft, da braucht es Zeit. Und wenn man von oben bis unten voll ist, dann wird das mit dem geistlichen Leben ziemlich schwierig. Es braucht die Resonanz. Es braucht, dass das Herz mitschwingt und eben nicht nur der Verstand. Aber ich durfte eben auch erfahren, dass da, wo mir das gelang, vieles leicht war. Ziemlich leicht. Ich habe mich manchmal gewundert. Und ehrlich gesagt, gibt mir das Mut für Hamburg. Der Dompropst und der Vertreter des Administrators sind unter uns. Die haben ja zwar vor zwei, drei Wochen, als ich das ganze Elend erfuhr, das ein oder andere erzählt. Aber ob sie mir wirklich die Wahrheit gesagt haben oder die Katze im Sack verkauft haben, das werde ich ja erst demnächst alles so richtig kennenlernen. Aber egal, was da kommt, ich will dieses große Bistum kennenlernen, die Menschen da und nicht nur ihre Schwierigkeiten, sondern sicher auch ihre Freuden, die es ja auch hoffentlich in Hamburg gibt. Auch wenn ihr keinen Karneval feiert. Am Rosenmontag muss man da arbeiten. Ich habe aber die Zuversicht, aus dem Glauben heraus diese Aufgabe annehmen zu können und zwar aus dieser sakramentalen Dimension, von der ich eben gesprochen habe. Ich komme nämlich nicht einfach als Stefan Hese dahin, sondern ich komme als Christ, als Getaufter und Gefirmter. Ich komme als Priester und ich darf mit der Kraft der Bischofsweihe mit meinen Möglichkeiten Jesus Christus präsent machen im großen Erzbistum Hamburg. Und wenn ich das ernst nehme, dann wird er sogar von meinen menschlichen Unfertigkeiten und Unmöglichkeiten vieles machen können. Der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, hat einmal gesagt, wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich vorbehaltlos seiner Gnade überlassen würden. Und ehrlich gesagt war es genau das, was mir dann am Tag, nachdem ich von der Ernennung erfahren habe, im Evangelium begegnete und was mir Mut machte und ich dann auch als bischöflichen Leitspruch gewählt habe, bei Gott ist alles möglich. Und ich hoffe, dass meine menschlichen Unmöglichkeiten den Möglichkeiten Gottes nicht permanent im Weg stehen. Also zuallererst diese Beziehung zu Jesus Christus, die auch einem Bischof gut ansteht. Und wenn ich aus dieser Beziehung lebe, liebe Schwestern und Brüder, dann prägt das auch mein Denken, dann prägt das meine Worte, dann bringe ich in meine Gedanken Jesus Christus herein und dann denke und rede ich aus seinem Blickwinkel. Und dann werde ich Worte versuchen zu finden, die vielleicht er genauso gesagt haben könnte. Wenn wir immer im Weihnachtsgottesdienst aus dem Anfang des Johannes-Evangeliums hören, im Anfang war das Wort, dann wissen wir, dass das im Lateinischen heißt in principio erat verbum. Und das Prinzipium, das ist nicht nur einfach der Anfang, der dann plötzlich vorbei ist, sondern das ist geradezu ein Prinzip, ein Grundsatz. Im Prinzip sollen unsere Worte von Gottes Worten durchsäuert sein. Im Prinzip sollen meine Gedanken von seinen geprägt sein. Dann kann ich Christus sogar denken und wenn ich ihn denke, kann ich ihn sagen. und schließlich, liebe Schwestern und Brüder, es gilt, diesen Jesus Christus nicht nur zu lieben, zu denken, zu sagen, sondern es gilt, Jesus Christus zu tun. Ich weiß nicht, wo er sitzt. Ich habe ihn beim Hereinkommen gesehen, unseren Bonner Dogmatiker Karl-Heinz Menke, der in seinem Buch über die Sakramentalität genau diesen Gedanken noch einmal explizit formuliert und als der Kardinal und ich seinerzeit im Albertinum täglich waren, haben wir das immer freitags morgens sozusagen in Kurzform in den Impulsen bei der Heiligen Messe aus dem Mund von Karl-Heinz Menke schon hören können. Jeder von uns soll ein Christus-Täter sein und Christus tun, liebe Schwestern und Brüder, das kann man als Generalvikar in manch größerer Aktion das geschieht aber auch im Kleinen, im Normalen, im Alltäglichen. Das geschieht schon dadurch, wie man morgens das Büro betritt. Meine Sekretärin, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, hat mir verraten, an meinem Schritt würde sie schon erkennen, wie ich drauf bin. Da bringt man auch etwas zum Ausdruck. Christus tun geschieht eben selbst im Wort, im Schritt, im Handschlag, im Anblick, in der Anrede, geschieht über jedem Text, geschieht am PC, geschieht aber auch Weiberfastnacht, beim Karneval oder beim Betriebsausflug, bei der Maff oder beim Mittagessen im Bistro, wo auch immer. der ganze Tag von morgens bis abends bietet uns Gelegenheit, Christus nicht nur im Mund zu führen oder in Gedanken zu haben, sondern ein Christus-Täter, eine Christus-Täterin zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich also Christus liebe, wenn ich Christus denke und sage und wenn ich Christus tue, dann kann dieser Gedanke, dass ich selber ein Sakrament Gottes bin, Wirklichkeit werden und dann kann ich ihn durchscheinen lassen, mitten im Alltag und das kannst du Alexander auch, ich bin jetzt gleich fertig, das kann dann der Dominik an seiner Stelle als neuer Generalvikar und jeder einzelne von uns seien wir wirklich ein Transparent, ein Sakrament Gottes. Amen.